Wenn Mundkrebs frühzeitig entdeckt wird, kann er oft leicht behandelt werden. Wenn er jedoch unbehandelt ist, kann sich der Mundkrebs im Körper ausbreiten, was es schwerer macht zu heilen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt sind ein wichtiger Schritt in der Verhinderung und Früherkennung von Mundkrebs, besonders wenn Sie zu den Risikogruppen wie Raucher und starke Trinker gehören. Mundkrebsvorsorge sind mehrere einfache Verfahren, die eine visuelle Untersuchung aller Weichteilregionen im Mund beinhalten. Dazu gehören die Oberseite der Zunge, der seitliche Rand der Zunge und der Boden des Mundes. Darüber hinaus wird das Gewebe im Inneren der Wangen, des harten Gaumens, des Weichengaumens, des Zäpfchens und der Mandeln untersucht. Nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist, werden auch die Gewebe am Oberkiefer und am Unterkiefer untersucht. Im Anschluss an die Gewebeuntersuchung kann eine Panorama-Röntgenaufnahme angefertigt werden, um das Hartgewebe und die Nasennebenhöhlen des Schädels zu untersuchen. Ihr Zahnarzt kann auch ein nicht-invasives Untersuchungsgerät verwenden, das ein bestimmtes blaues Licht aussendet, das gesundes Gewebe anders als beschädigtes Gewebe fluoreszieren oder leuchten lässt. Dieses Gerät ist auch darauf spezialisiert, zwischen gesundem Gewebe und Gewebe, das durch ein Trauma oder eine Krankheit gestört ist, zu unterscheiden. Vielen Dank! Vielen Dank.